Ich werde Popstar. Also es kann keiner behaupten, er habe gewusst, dass das so abgeht. Alter, wir haben es geschafft! Wir sind berühmt! Mich hat damals die Popularität am härtesten getroffen, weil ich am Ende am unsichersten war. Bis zur Gegenwart. Das Doku-Event. Ich hatte keinen Bock mehr auf das, was ich da mache. Ganz privat und ganz persönlich. Wir sind Familie. Die Fantastischen Vier. Samstag, 20.15 Uhr bei Vox.